Hallöchen Freunde, LateNightSafi hier und ich habe zwei kleine Infos für euch. Erstens will ich noch etwas ergänzen. Ihr habt gesehen, ich habe gestern zwei Infovideos, beziehungsweise zwei Videos rausgehauen, wo ich zwei ganz bestimmte Leute kritisiere anhand ihres Inhalts auf YouTube. Diese Videos kamen ziemlich gut an. Ich denke, viele Leute waren da meiner Meinung und ich denke, ich habe da ein paar gute Punkte gemacht. Es war jetzt eine lange Diskussion hin und her und ich kann euch sagen, Freunde, ich bin happy, denn ich habe genau das erreicht, was ich wollte. Ich wollte mit konstruktiver Kritik eine Veränderung herbeiführen oder, ja, dass sich jemand verbessert. Lesen wir doch einfach mal ganz kurz durch, bevor wir zur zweiten Info gehen. Okay, das machen wir. Ich freue mich, dass aus diesem Pulverfass etwas Gutes entsteht. Sie redet über eine Spendenaktion. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass einiges an deiner Kritik richtig ist und mir das anschauen werde, was sich ändern kann. Ich habe mir auch die Kritik von JF Kennedy zu Herzen genommen. Ein paar Dinge gehen nicht, da bei mir auch eine gewisse Abhängigkeit von YouTube existiert. Eigene Dummheit und Leichtsinn. Egal, wie bin ich trotzdem mit einigen Dingen im Video nicht zufrieden. Du brauchst nichts reuploaden, ich mache dir nichts kaputt, dies da ist tralala mein Kodex, dem ich folge besagt, dass ich meinen Feind so behandle wie eine Art Freund. Ich werde ihm keinen Schaden zufügen, mach dir keine Sorgen, pipapo. Ich denke, wir verbleiben als Kritiker und Kritisierte. Aber ein gutes Wochenende, PS. Tatsächlich habe ich dich abonniert, da ich die Trial Challenge seit Beginn verfolge und jedes Battle schaue. So kann es gehen, da erschreckt man sich schon, wenn man mit Inhalt eines Videos wird. Gruß. Und diese Antwort war top. Mehr wollte ich nicht. Genau das, das ist einfach nur super. Absolut great. Diesen Kommentar kann ich einfach nur respektieren. Ich verstehe das mit der Abhängigkeit. Das muss nicht unbedingt dumm sein. Ich denke, dass das Potenzial da ist, sonst würde die Kritik ja nichts bringen, weil Fehler am Platz. Ich will hier nur nochmal verdeutlichen, dass ich nichts gegen euch habe. Ich hoffe einfach, dass du einen Weg findest, gute Inhalte zu produzieren, die gleichzeitig für dein Überleben sorgen. Denn ich gönne jedem sein Stück Kuchen. Okay, das mit dem Spenden machen wir. Danke für das tolle Ergebnis. Ja, wir haben uns also geeinigt. Wir werden zusammen das Geld, was mit meinen Videos rauskommt, beziehungsweise mit meinem Video. Ich überlege mir, ob ich das zweite Video auch noch monetarisieren soll. Das Geld, was dabei rauskommt, werden wir an irgendeine wohltätige Organisation spenden. Das war übrigens ihr Vorschlag. Finde ich ziemlich cool. Wie, wo, was müssen wir da noch ausmachen. Aber ich habe mein Ziel erreicht, Freunde. Ich habe eine Person, beziehungsweise zwei Personen dazu gebracht, nachzudenken und ihren Content zu hinterfragen, der offensichtlich nicht so toll war. Und naja, die Community hat mitgeholfen. Also ihr wart der Grund, weswegen die überhaupt von diesem Video mitbekommen haben. Und naja, ihr habt natürlich auch ganz, 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 ganz viel Feedback dahinter lassen. Und ich hoffe, dass die beiden sich da, ja, auf einen guten Weg kommen. Aber diese Nachricht stimme ich zuversichtlich. Einerseits haben wir Leute umgestimmt. Und andererseits können wir aus dieser ganzen Negativität und diesen ganzen Diskussionen noch etwas Positives ziehen. Ziehen erstens natürlich Erfahrung und zweitens können wir das Geld, was da zusammenkommt, noch an irgendeine Organisation spenden. Was auch eine echt süße Idee ist eigentlich. Cool. Das war es betreffend. Und deswegen, das ist das Update. Soweit alles cool. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht auf den Kanälen Dracul und Maripan. Und ja, ich bin übrigens auch immer für Hilfe oder so anzusprechen. Ist ja nicht so, dass ich jemanden kritisiere, aber dann keine Lösungsvorschläge bringen würde, wenn man mich darum bittet. Und die zweite Info ist, Freunde, betreffend der Trial Challenge, die Dracul gerade angesprochen hat, die wird in Kürze starten. Das bedeutet, das Video wurde, glaube ich, um 11 Uhr geplant. Ja, jetzt müsste ich das wissen. Doch, um 11 Uhr wurde das geplant. Das bedeutet, wir werden uns um 10.30 Uhr auf dem Twitch-Channel treffen. Und das letzte, sprich das zweitletzte Battle, je nachdem, das Finale quasi uns am Sonntag angucken. Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, das sollte eine Stunde oder so nach diesem Video sein, werden wir uns auf Twitch treffen. Und quasi alle zusammen das Battle des Season 1 noch gucken. Quasi Public Viewing, Public Viewing, Goddammit, es ist spät. Ich genieße das immer sehr. Und ja, das gestrige Spann, das gestrige Battle war super spannend. Das heutige Battle wird genauso spannend, das kann ich euch sagen. Also, falls ihr da Bock habt, dürft ihr da gerne dabei sein. Das waren meine zwei Infos, die ich habe, betreffend des Problems. Wir haben ein Change gemacht. Wir waren dieses Mal nicht die, oder wir waren nicht die, die halt sich ins Fäustchen genervt haben und rumgelästert haben, sondern wir haben Probleme adressiert und das gemeinsam gelöst und sind zu einem super tollen Ergebnis gekommen. Und das Dream, der bald losgeht. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß mit dem Battle gegen das Ziel auf Twitch. Wir sehen uns heute noch ein paar Mal, denn ich habe super viele Videos für euch geplant. Einerseits natürlich das Zielfinale, dann habe ich noch eine Top 5 für euch. Und wenn ich es schaffe, es ist 1.30 Uhr, wenn ich es schaffe, das Video jetzt noch fertig zu schneiden und über die Nacht zu rendern, dann bekommt ihr morgen noch ein Special, was ich noch gar nicht angekündigt habe, beziehungsweise wo ihr noch keinen Plan habt und euch wahrscheinlich hoffentlich dann freuen könnte. Okay, also heute wird noch einiges kommen, Freunde. Ab Montag, beziehungsweise morgen, dann wieder Kolosseum. Und zwar täglich sogar für die ersten paar Tage, für die die Kolosseum vermisst haben. Ich denke, da sollten Videos kommen für euch, die euch hoffentlich freuen. Okay, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Danke für alles und auch danke an euch beide. Das war sehr toll.